Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Voice-Over für euch und diesmal geht es um das Spectrum Kommunikationstool für Star Citizen, so wie es uns auf der CitizenCon 2016 vorgestellt wurde. Hier auf der Bühne steht jetzt gerade der Chief Technical Officer von Turbulent. Das ist das Studio, was sich seit langen Jahren schon um die Web-Plattform von Star Citizen kümmert. Turbulent hat bereits viele Preise dafür gewonnen, wie sie diese neue Art von Crowdfunding für ein Videogame präsentieren im Web. Sie haben bereits selber Lizenzen dafür erstellt und auch schon verkauft und sind jetzt aktuell gerade nominiert für einen Adobe Award. Das vorausgeschickt zeigt, wie viel Engagement Sie da rein sagen. Das stellt gerade der Chief Technical Officer auch an dieser Stelle vor. Und jetzt möchten Sie uns Ihre Arbeit am Spectrum Tool, nämlich der, wenn man so möchte, Kommunikation 2.0 und alles, was darauf hinaus folgt, für Star Citizen zeigen. Dabei betont der CTO immer wieder, dass der Unterschied in der Zusammenarbeit mit Chris Roberts im Gegensatz zu anderen Produktionsteams immer der ist, dass Chris Roberts, egal was ihm vorgeschlagen wird, nicht erstmal skeptisch ist, sondern in der Regel so etwas sagt wie, you guys don't think big enough. Also ihr Jungs, ihr denkt nicht groß genug. Ihr denkt nicht in groß genug Maßstäben. Und ja, das ist immer wieder betont, auch über die ganze Präsentation heraus. Und das beste Beispiel, was Sie uns jetzt an dieser Stelle präsentieren wollen, ist Spectrum. Und Spectrum ist eben tatsächlich eine Kommunikationslösung, die nicht nur webbasiert, sondern in-game und auf vielen verschiedenen Plattformen gleichzeitig laufen soll. Neben der Aufgabe, dass so eine Web-Plattform natürlich das Spiel verkaufen und den Download bereitstellen soll, ist es eben vor allem eine Kommunikationsplattform. Und diesmal soll mit Spectrum die Barriere eingerissen werden zwischen der Kommunikation in der echten Welt und der virtuellen Welt. Das heißt, nicht nur die Welt in-game, sondern tatsächlich auch das, was das Spiel an sich ausmacht, was eine Organisation zum Beispiel außerhalb des Spieles auch organisieren muss. Ja, dafür gibt es natürlich einmal traditionelle Bereiche wie Chats und Foren, die es jetzt auch ja schon gibt im Bereich von Star Citizen. Aber auch neuere Technologien haben Sie dazugefügt bisher, wie zum Beispiel den Issue Council, das Crowdfunding an sich als Engine und natürlich auch den Community Hub, der ja auch ein Teil davon ist. Das Letzte, was Turbulent jetzt gerade unternommen hatte, war die Star Map zu entwickeln. Und die Star Map ist ja insgesamt sehr, sehr gut angekommen. Auch dafür haben sie einen Preis bekommen. Und von dort aus geht es jetzt dann in die Vorstellung des Spectrum. Und das ist, wie gesagt, die neue Kommunikationslösung für Star Citizen. Der Chief Technical Officer stellt uns nun Bill Wand vor. Dieser ist der Project Director, für Spectrum beim Studio Turbulent. Und er eröffnet seinen Vortrag damit, dass er sagt, der erste Pitch von Orga 2.0, so wie das Projekt zunächst hieß, war Chris Roberts schlichtweg zu klein. Die Neuorganisation des gesamten Community und Orga- und Clansystems war ein wichtiger Teil der Überarbeitung, aber tatsächlich überhaupt nicht zielführend, weil es viel zu klein gedacht war. Denn was Chris Roberts wollte, ist, dass die ganzen Organisationen und alle Citizens, die tatsächlich das Spiel spielen oder mit zur Community gehören, eben nicht mehr nur auf Ingame-Kommunikation beschränkt sind und wenn sie das Spiel verlassen, keinen Draht mehr zur Organisation haben oder diesen über andere Plattformen irgendwie beziehen müssen, meistens viele verschiedene, sondern dass das alles integriert wird. Und dafür ist Spectrum da. Ja, Spectrum findet sich auch in der Lore wieder, der Name selbst. Auch dort heißt ja das intergalaktische Kommunikationssystem Spectrum, sozusagen das Internet dort in der Star Citizen-Galaxie. Und das wird bezeichnet als Real-Time-Web-Application, die in Zukunft für jegliche Kommunikation innerhalb von Star Citizen verantwortlich sein wird und dafür genutzt wird. Da in diesem Konzept steckt jetzt inzwischen über ein Jahr Arbeit, also quasi seit dem Launch der Star-Map und das war ja auf der Citizen-Code 2015, ist dieses Team daran, das Ganze zu konzeptionieren. Und da kann man sagen, dass die existierenden Kanäle, die es jetzt schon gibt, wie zum Beispiel Basis-Chat-Möglichkeit auf der Website oder auch Foren, dass diese ja nicht komplett neu erfunden werden müssen, sondern einfach komplett modernisiert und überarbeitet und in ein Gesamttool zusammengefasst. Das Tool Spectrum löst dabei auch gleichzeitig noch das Problem in der Unterscheidung zwischen In-Fiction und Out-of-Fiction. Spectrum ist dafür gebaut, beide Welten miteinander zu verbinden und das Ganze eben sowohl für Spieler, die gerade sich nicht ingame befinden können, als auch für die, die sich dort gerade aufhalten, nutzbar zu machen. Das bedeutet auch, dass die In-Game-UI wie gewohnt futuristisch sein wird. Also da geht es sehr, sehr um Style, eine Mobigas-Applikation, eine Einblendung direkt ins Hut oder zum Beispiel auch in die Cockpit-Scheibe sind Möglichkeiten und die werden dann wie gewohnt futuristisch erscheinen, aber auch so, dass sie gut und leicht zu bedienen sind. Die Out-of-Game-Applikationen, also das, was die User auf ihren Desktops haben oder auch auf Tablets oder Mobile Devices generell, die soll vor allem nutzerfreundlich sein. Die soll vor allem natürlich immer noch einen Sci-Fi-Charme haben, aber trotzdem so gestaltet sein, dass es vor allem modern, sehr leicht zugänglich und vor allem schnell nutzbar ist. Ja, das Ganze ist so in der Vision zusammengefasst, dass man sagen kann, man muss eine Orga nicht außerhalb von Plattformen von Star Citizen in irgendeiner Form administrieren. Man kann das alles ingame und außerhalb des Spiels, aber auf der gleichen Basis-Plattform machen und das ist Spectrum. Der erste Teil davon ist der Chat und der Chat wird ein Realtime dynamischer Chat sein, das heißt, er wird sehr, sehr modern aufgebaut sein, man wird externe und interne Links einbetten können. Es gibt natürlich jede Menge auch Emojis und ähnliche Dinge, die dort mit eingebunden werden und er wird, wie gesagt, in Realtime stattfinden. Der zweite Teil sind die Foren und dabei nehmen sie sich die existierende Forum-Struktur und haben diese komplett modernisiert und überarbeitet. Hier werden auch die Foren jetzt ab der Einführung von Spectrum in komplett Realtime ablaufen, das heißt, man bekommt sofort Notifications, wenn sich in irgendeiner Form irgendwo jemand beteiligt, etwas antwortet oder man etwas Neues kommt in einem Thread, den man beobachtet. Und das Ganze soll eben wirklich mit Live-Threads komplettiert werden, wo es tatsächlich um einzelne Events geht, die dann live auf diesem Thread stattfinden und auch Q&A-Threads sollen eingebaut werden, also dass es ganz, ganz viele verschiedene Arten gibt, mit dieser Forenstruktur anzukommen, aber dass alles beschleunigt wird. Das heißt, das alte, eher traditionelle, statische Forum soll hier keinerlei Platz mehr haben, sondern hier soll es von Anfang an darum gehen, es schnell und dynamisch zu gestalten. Und darum stellt sich nun die Frage, zusammengefasst, was ist Spectrum? Und Spectrum ist einmal das Private Messaging, das heißt, das Direktnachrichten schicken an andere Citizens direkt in die Community, denn sie geben zu, momentan ist das eine Katastrophe. Das zweite wären tatsächlich Foren und Chat, wie wir eben schon gehört haben. Und dann kommt auch, ja, die Presence dazu, das heißt tatsächlich die Live-Ansicht der Friendslist, Online-Status oder natürlich auch insgesamt den Online-Status im Spectrum sehen. Das heißt einmal, ob sie im Spiel gerade sind oder ob sie nur im Spectrum online sind und dann auch, ja, Notifikationen, Benachrichtigungen und Alarme gehören auch dazu, dass man eben sofort über eingehende Nachrichten und ähnliches informiert wird. Ja, und das Ganze soll dann, und das ist das Hochinteressante daran, komplett gesandboxt werden. Das heißt, für jede Organisation und jede Gruppierung komplett individualisierbar. Das heißt, es wird nicht nur ein globales Forum geben, sondern im Endeffekt erhält jede Organisation die Möglichkeit, eigene Foren, eigene Forenstrukturen aufzubauen, eigene Chat-Lobbys einzurichten, eigene Alerts, Benachrichtigungen und Notifikationen zu setzen. Also insgesamt Gruppennachrichten zu verschicken und auch zu sehen, wer aus der eigenen Organisation wo gerade online ist. Ja, und der dritte Teil dann ist das Voice-Messaging und das ist dann groß erwartet schon bei Star Citizen, nämlich die Möglichkeit, nicht nur im Spiel miteinander zu kommunizieren per Voice-Messaging, sondern das Ganze eben auch sogar in die echte Welt mit Hilfe der Applikation zu übertragen. Das Ganze wird erstmal auf der Basis passieren, was sehr, sehr wichtig ist, dass der Voice-Chat nicht am Game-Client hängt. Das heißt, der Punkt ist, wenn der Game-Client mit dem Spiel abstürzt, wäre, wenn das Ganze vereint wäre, auch dann die In-Game-Kommunikation weg. Das wird bei Spectrum anders sein. Das heißt, es wird auf einer völlig eigenen Prozess laufen. Das bedeutet, wir werden hier die Möglichkeit bekommen, dass auch wenn das Spiel abstürzt, wir weiter mit unseren Leuten, die gerade immer noch in-Game sind, kommunizieren können. Das reicht aber dann selbst nicht, denn Chris Roberts wollte noch mehr und das Spectrum verändert sogar eingehende Sprachnachrichten selbst in Echtzeit und passt diese den aktuellen Spielgegebungen an. Das heißt, es werden Funkfilter draufgelegt, es kommen Spürungen rein, es könnte ein Raumklang simuliert werden. All das macht es in Echtzeit, während wir mit den Leuten sprechen. Das heißt, wenn man eine Kommunikation in seiner Hornet empfängt, klingt das, als wenn es ein Helmfunk wäre. Ja, dazu kommt, dass es auf verschiedensten Geräten abrufbar sein wird, also natürlich als Web-Application im Browser. Dann wird es direkt in den Launcher integriert. Das heißt, der Launcher wird komplett zum Kommunikationstool erweitert und umfunktioniert. Und dann kommt das Ganze eben noch als mobile App auf Tablets und Handys, sodass man es sich runterladen kann und auch darüber dann im Spiel online sein kann. Ja, und das ist aber auch weiterhin noch nicht alles, denn auch Spectrum soll in seinem vollen Spektrum-Wortspiel in das Spiel selbst integriert werden. Das heißt, auch die Freundeslisten und Kontakte werden über Spectrum abgewickelt, sowohl Out-of-Fiction als auch In-Game selber. Dann ganz klar, ein ganz wichtiger Punkt ist die Verortung der Spieler im Game. Das heißt, das Spectrum wird anzeigen können, wo sich welche Spieler gerade aufhalten. Gerade wenn man in einer gleichen Organisation ist und sich zusammenfinden muss, zeigt das schon in der Handy-App an, bis man zu Hause ist und den Launcher dann starten kann. Das heißt, wir haben auch das Party-Management über das Spectrum dann irgendwann einintegriert, wo es bedeutet, dass wir Chat- und Voice-Lobbys erstellen können. Und das wie im eben genannten Beispiel schon, man also tagsüber mithilfe der Handy-App planen kann, was man abends für eine Mission fliegt. Die ganze Lobby schon erstellt, die ganze Gruppe schon zusammenfügt, die Party schon zusammenfügt und damit dann automatisch abends schon in der gleichen Voice-Chat-Lobby ist. Und das eben noch passend dazu, dass es generelle Voice-Chat-Lobbys geben wird, die dann an den In-Game-Locations festgemacht werden. Das heißt, da geht es darum, dass wenn man auf ARCOP ist, landet man automatisch in dieser Chat-Lobby. Das heißt, man ist dann mit den Leuten verbunden entsprechend, die auch sich gerade auf ARCOP befinden. Das Ganze wird dann über den Game-Universe-Server verortet, sodass man wirklich mit dem sprechen kann, der eben gerade direkt gegenüber sitzt oder gegenübersteht und die anderen, die weiter weg sind, auf ARCOP eben nicht mehr hören würde. Ganz, ganz spannender Entwicklungsschritt da auf jeden Fall. Das heißt, als allerletztes gibt es dann noch die User-Interface-Integration. Das heißt, Spectrum zeigt dann auch noch in-game an, wie ein Interface, wer gerade in der gleichen Lobby ist, wer gerade mit einem spricht. Das heißt, das Ganze alles wird nahtlos in das Piloten-UI oder ins Mobiglas integriert und damit wird sozusagen auch erreicht, dass man im Game gar nicht davon überhaupt beeinträchtigt wird, dass man eine andere zweite Plattform benutzt. Ja, jetzt beginnen Sie noch einmal mit einer Live-Demo und zeigen den aktuellen Status. Das werde ich hier an dieser Stelle nur grob zusammenfassen. Also, was die Kernaussage ist, dass die erste Iteration von Spectrum in ein paar Wochen Shipping-Ready sein soll. Das heißt, in ein paar Wochen sind sie so weit, dass die Version 1.0 dann bei den Bäckern landen soll. Und da kann man sagen, das präsentieren sie an dieser Stelle. Die 1.0-Version wird also ein komplett neues Interface enthalten und sich vor allem auf die komplett neue und modernisierte Forums-Engine und das Live-Chat-System konzentrieren. Das ist sehr beeindruckend gestaltet, weil es eben insbesondere auf die Nutzerfreundlichkeit eine große Beachtung schenkt und insgesamt sich dann einfach von dort aus das Fundament bildet, um zu den Weiterentwicklungen von Spectrum zu kommen. Als nächster Schritt, wenn das dann gelauncht ist und die auch genügend Feedback aus der Community erhalten, was sie vielleicht noch verändern und verbessern können, wäre dann die tatsächliche In-Game-Presence von Spectrum. Das heißt, die Verbindung mit der Friends-List und die tatsächliche Anwendung dann über das Mobi-Glas oder andere Interfaces und dann auch deutlich mehr Individualisierungsmöglichkeiten, Customization für Organisationen. Das ist dann mit der nächsten Version, wenn die Basis erstmal steht. Und danach sollen etwa alle sechs bis acht Wochen Updates kommen, bis Spectrum dann vollständig steht. Das enthält dann als nächstes auf jeden Fall die Launcher-Integration, das heißt, die Einbauen von Spectrum in den Launcher und die Umkonfiguration des Launchers in ein direktes Kommunikationsinterface. Dann ein In-Game-Overlay, was einem dann helfen soll, Spectrum in-Game auch anzeigen zu lassen, dass zum Beispiel gerade angezeigt wird, wer mit einem gerade spricht aus der gleichen Voice-Chat-Lobby. Dann endlich der Voice-Support, dass tatsächlich dann die Sprache komplett überall integriert wird, in-Game und out-of-Game, also beides miteinander kombiniert werden kann. Und als Ende ist dann am Ende auch tatsächlich die Mobile Devices, das heißt, da sollen Mobilgeräte, Handys und Tablets die App enthalten, sodass man Spectrum dann vollständig überall, egal wo man ist, accessen kann, dass man rankommt und dass man mit seinen Leuten dann interagieren kann. Das ist die Roadmap für Spectrum. Das Ganze soll in ein paar Wochen losgehen, wo wir dann erstmal, wie gesagt, die ersten Teile sehen, die ihr uns hier präsentiert mit Forum und Chat. Und wir können sehr gespannt sein, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich danke euch in jedem Fall fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart und das Ganze mit uns hier verfolgt. Abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt und liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Schreibt uns ein paar Kommentare, was Spectrum für euch bedeutet und wie ihr es für eure Organisation nutzen wollt. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, wenn ihr uns als YouTuber unterstützen wollt. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage See you on the Flight Deck. Sawyer out.